Ich grüße euch Freunde, willkommen zurück bei God of War Ragnarok und dieses Mal Vanaheem. Alle Artefakte, alle Neuen jedenfalls, hier in komplett Vanaheem. Alle Artefakte, dieses Gebiet ist auch, finde ich, mit das Größte, also ist, finde ich, das Größte, weil es gibt hier auch wirklich zwei große Ariane, die auch ganz schön weitläufig sind. Und hier natürlich komplett alle Neuen Artefakte. Wissen ist natürlich hier ganz hoch, aber wir sind erstmal bei den Artefakten. Hier in der südlichen Wildnis gerade am Anfang, wenn wir mit Freya das erste Mal da sind, in dieser kleinen Siedlung müssen wir erstmal hier unten die Steinwand kaputt machen. Und hier ist, ja, ja, ein Gedicht von Quasir. Zählt nicht als Wissen, sondern als Artefakt. Hier hinten beim mythischen Tor an Freyas Lager haben wir natürlich, bevor wir hier wegfahren, natürlich auch noch ein Artefakt, nämlich, ja, ein Wappen von Schemir. Dann sind wir natürlich hier hinten hier gerade angekommen. Hier, es liegt auch noch ein Artefakt, das ist ein bisschen versteckt an diesem Ding. Ja, hier oben geht es dann weiter. Hier hinten das nächste Artefakt. Hier müssen wir auch, haben wir auch eine Nebenquest. Hier müssen wir ein Familienwappen holen. Hier müssen wir auch den Garten befreien. Hier hinten an den Docks, wo wir hier rüberkommen zu der Nordentruhe und hier das mythische Tor ist. Hier einmal um eine Ecke ist das Wappen von Freya. Natürlich hier hinten gibt es dann noch eins. Nämlich hier oben, wo wir lang müssen, ist es hier hinter, nämlich auch so ein Artefakt. Gerade hier, wo uns diese Pflanzen bespucken haben, habe ich sie auch noch da gelassen. Jedenfalls die erste Pflanze. Natürlich, wenn wir mit Freya hier oben sind, um ihre Geschichte zu machen, was sie, ich will noch nicht zu viel verraten, was sie da oben macht. Jedenfalls, hier haben wir auch noch ein Familienwappen. Dann natürlich im Krater, nachdem wir hier natürlich hier rübergeklettert sind, über diesen Torbogen. Und wo hier das Riesenvieh lang gestapft ist, haben wir natürlich auch noch ein Artefakt hier an der Leiche. Eine Poesie von Quasir. Natürlich hier weiter im Krater, in der Senke, wo wir den, sagen wir mal, den großen, das große Tier hier besiegen. Hier müssen wir einmal hier durch uns quengeln. Dann müssen wir nach hier hinten an den Kristall vorbei. Und hier hinten finden wir natürlich das letzte Artefakt für Wannerheim. Also, somit haben wir auch quasi das letzte Buch. Also, somit bis zum nächsten Mal. Ihr sucht mich auch auf Instagram und Twitchspiel. Links findet ihr in der Beschreibung.